hallo und herzlich willkommen zu einer neuen verkauf der let's play for the new vegas wir machen weiter mit unserer kundungstour und wir müssen über goodsprings weil also wir müssen nicht über goodsprings zwangsläufig sondern über irgendeinen händler weil wir haben wieder so viel und sein der tat wieder full und deswegen gehen wir über goodsprings um ein paar sachen los zu werden falls die wir wieder geld haben ich bin mir nicht sicher dass das letzte war ist natürlich nicht so ewigkeiten her möchten sie vorräte kauf ja ja doch haben wir so das ist natürlich echt blöd medics mre drange da hier ein annehmen nicht die leeren spritzen die hülsen 308 da und diese munition hier und die hier und hier hat der selbst munition 38er sonderpatron und ich habe wieder mehr geld es ist unfassbar ich werde mein geld hat nicht gewusst ne danke bitte so und jetzt zum arzt dann hat er wahrscheinlich auch wieder neues geld ich kann es nur hoffen aber irgendwie glaube ich dann noch nicht dran so wahrscheinlich sitzt er wieder in irgendeiner ecke läuft gegen sein kam mir geht es mir geht es super 800 das ist halt nix zehn sind 200 ok noch mal die hälfte er kommt er hat der sache die ich brauche hier ist dem px normales dem px arzttaschen perfekt dafür kann der hier und ist kein so großer versuch das bisschen geld ich bin immer nach voll ja waffenschieber wo sind sie danach da werfen schieber hallo der hat 8000 das finde ich eigentlich immer sehr schön so 4000 und buschbüchse hat der munition panzerbrechend normale plus 50er plus 50er sprengstoff plus 50er panzerbrechend wenn wir noch 30 auf der holspitz und 50er brand so dann haben wir noch eine davon und eine hiervon und ja auch das war es wieder wir gehen wir noch über die mojava outpost baracke die haben ja auch noch ganz oft geld eine dehydration dazu genommen trinken er ist immer schön dagegen trinken ich gucke erst mal ob die karawanen händler hier was haben das ist nur normale karawanen händler oder sind das normale händler die ich schon mal ein dieser ranger naja ok das geht nicht also muss ich reingehen hallo hier habe ich auch immer früher für viel geld meine sachen reparieren lassen weiß ich noch so hallo sie haben schon viel gute hallo machen wir haben das geld das geht nicht vor allem ich habe 1000 ausgegeben nennen vor laut 4 wäre jetzt so fünfte mal das geld ist weg hier spüre ich das nicht hallo wieder da ja so die hat aus 7000 ist nicht gut mensch ich habe kein geld kann nichts dabei was ich verkaufen kann das ist ja der hammer mensch 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 dann können wir jetzt nach sechs minuten loslegen und gott zwangs friedhof sah man sagt ja man soll nicht nördlich gehen bei gott zwangs aber ich tue es ist so nördlich hey wie viel hunger habe ich 408 ja komm dann hauen wir uns dieses m r e rein irgendwo kann ich hier bestimmt auch schlafen oder hierbei doch mitchell müsste ich schlafen können ich finde diese tornado ist immer schön es gab ja mal es gibt so ich weiß nicht wie die heißen es gibt so halb tornado ist die eigentlich nicht normal turn aus die kann auch bei wolkenlosen himmel entstehen die haben irgendeinen spezial namen den ich aber nicht weiß ist ganz lustig kann so was gibt es halt überall auch in deutschland denken die leute machen in wirklichkeit ist das nur so ein bisschen wind wer seid ihr warum seid ihr hier was kann ich dagegen tun warum kann ich hier nirgendwo schlafen kann ich in diesem haus schlafen haus in gütsprings ich kann hier schlafen das ist ja sehr schön so hatte ich oh warte mal ne warte ich mach es lieber nicht hatte mal erzählt dass ich früher totalen angst über vor trockenen gewittern hatte weil ich mal dachte die werden katastrophal schlimmer als normale ja so war das bei mir wie viel geld haben wir jetzt eigentlich so ach 141.000 das ist nix so ich muss nur die straße lang perfekt da bin ich noch nie lang gegangen diese straße mensch so keep out stop 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 ich weiß nicht da steht irgendwie nix ist doch super hier also ich wüsste jetzt nicht was eine große gefahr aussah natürlich eine todeskalenmutter in der höhle äh noch in fallout auf uns warten könnte also im offenen gelände glaube ich nix da ist ein stammesdorf und das ist okay ich versuche übrigens hier bis bis zur volt auf jeden fall zu kommen diese folge äh volt ist halt immer das problem ist ziemlich umfangreich deswegen kann ich nicht versprechen dass ich das schaffe so mensch 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 bei den anderen sachen ja ich weiß nicht technisch wie umfangreich die sind ach die freunde mal wieder so Kessetor mensch aua 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 wenn ich keinen hab ne ist das kacke so hier nehmen wir mal die Hohspitz die müssten ja eigentlich helfen boah heieiei ich nehme ein gegengift ich habe so wenig davon nur äh und 70 210 250 290 Kessetor Giftdrüsen auch was schönes was man verkaufen kann aber ich liebe gewitter ne schreibt doch mal in die kommentare ob ihr gewitter auch liebt ich meine ok ich denke mal so ziemlich jeder mag also das könnte man vielleicht so prinzipiell nicht sagen aber viele leute mögen glaube ich gewitter wenn man natürlich ne man muss aber die fakten sehen kann nicht gerade draußen ist und und in einem haus mit dem blitzableiter rund was wahrscheinlich auch wichtig so hier ist es das ist ja der hammer hier und ich hatte gehofft da wäre mehr kann ich nichts dem taxi herstellen nein kann ich nicht ich kann mir nur heilpulver herstellen aus brockblumen xanderwurzeln da hätte ich mehr erwartet stammelsdorf bonnie springs und dann die walt das dürften wir in acht minuten auf jeden fall hinkriegen hier muss ich ja eigentlich nur straight geradeaus vier terabyte habe ich noch zum aufnehmen übrigens ich liebe dieses bedrohliche grummel beim gewitter weh wanika kann ich dir helfen die verliert halt immer weiter gesundheit ne wenn ich sterbe kann man sie nicht bitte auch rein sagen ja ja so jetzt kriegt sie gesundheit vielleicht sollte sie ein gegengift kriegen haben sie was feines für mich ein kleid vielleicht ein gegengift einfach mal gucken wenn es nicht klappt dann aber normalerweise ist das kein problem da ist das stammelsdorf das ist ja schön belagert wir wollen die kaffee geht es dir 64 hast du das ist ja der hammer so zwei dürften kein problem sein man sieht das immer an diesen und diesen teilen da sind gleich kassadore 91 ja das klappt keine sorge so machst du das danke danke ja scheiße ist nichts dröhnen und ein normaler kassadore die kommen gleich die kommen immer so schnell angeflogen in so komischen geschwindigkeiten die man gar nicht einschätzen kann stammelsdorf kommst du gleich von links das ist ja richtig angeschlichen so unfassbar unnötig haben natürlich nichts dabei zehn millimeter mal verschiedene pistole okay das ist ein bisschen was im pack ist zumindest nicht unnötig erst ist das mit dem pack weiter bei unweidex kette dort giftdrüsen ein werkzeugkasten wo nix drin ist nix noch ein weiterer groß kann korken ein weiterer unhold noch ein unhold eine verbrannte leiche äh so okay äh ab nach bonnys können wir da nicht direkt können wir da durch können wir diese xanderwurzel mitnehmen das ist ja der hammer bonnysprings bonnysprings ist perfekt ja und dann kommen wir glaube ich bei vault 18 an am ende der folge und die können wir dann natürlich nächste folge erkunden wir können noch ein ähm heilpulver nehmen ja ironiker gibt es aber da hinten ist ein rot stein aber rote sand habe ich übrigens glaube ich bin mir nicht hundert prozent sicher aber ich glaube noch nie in ähm fallout in minecraft gesehen so natürlich roten sand ja survival ne hat man den benutzt in äh creative hat man den mal benutzt ja aber äh so noch nie könnte ich nicht behaupten zumindest so ich kenne die gegend hier aber ich war hier aus irgendeinem grunde und wer ist das das ja das sind die vipad sind hier ich dachte das wären die anderen da und akkl eh eh anfassen unfassbar ja ja die lebt der lebt dann ist alles super eine love and hate ok Quarken. So, wenn haben wir dann hier Quarken und ein Stimpeg. Es ist immer schön, wie die einfach gar keine Chance haben. Bonny's Wings, ja. Gibt es halt in Wirklichkeit, glaube ich, auch, wenn ich mich nicht täusche. Wir haben halt ein nächstes Level. Aber irgendwie, also hier ist jetzt ein Stück weiter. Da hinten ist eine Todeskralle. So, aber wir müssen in die Richtung. Für die Vault. Oder dann noch mehr Casadore. Weiß ich noch nicht, ob wir die Todeskralle ignorieren können, oder nicht. Weil die geben mir halt auch einfach zu wenig XP, als dass ich da meine ganze Muni für verschwende. Und... deswegen... Komm schon. Das müssen wir schaffen. Komm wir rüber. Perfekt. So. Finden Sie Vault 19? Das kann ich halt echt noch nicht von mir behaupten, dass ich hier jemals war. Oh, das ist Vault 19. Äh... Ich würde sagen, machen wir einen Cut. Bis zur nächsten Folge. Und tschüss. 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 Tschüss.